Wir sind als Team ziemlich gut aufgestellt, wir haben die richtigen Puzzleteile und wenn alles läuft, wollen wir unseren Erfolg vom letzten Jahr toppen. Yeah, I'm definitely excited to be back here in Karlsruhe and to see the fans one more time and I'm excited. Wir haben viel vor, ja, wir wollen aufsteigen und da kommt uns jede Hilfe sehr gut. Die Stimmung ist super, ich muss sagen, alle sind aufgeregt, aber ich denke, wir sind gut vorbereitet, Coaches, wir haben viel analysiert, Coach hat uns gut vorbereitet. Basketball in Karlsruhe ist ein Diamant, es ist ein bisschen ein hidden Diamant, aber es ist ein Diamant. Ich denke, es ist wirklich ein spezielles Platz hier und der Sky ist der Limit für Karlsruhe Basketball. Ich komme nach Karlsruhe zum Basketball, weil die Euphorie, die wir hier entfacht haben, begeistert mich, was wir hier geschaffen haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Am Karlsruhe Basketball gefällt mir vor allem, dass ich mich in dem Rudel wie in der Familie fühle. Ich bin die ganzen Spielmannschaften durchgegangen, die Spieler kennen mich mit Namen, ich komme in die Halle, werde begrüßt und es ist einfach ein familiäres Verhältnis hier bei den Leibniz. Fiducia hat ein großes Ball angezogen über die Haupttribüne, ich persönlich mag Choreografien sehr und dadurch ist mir Fiducia heute aufgefallen. Das ist ein Team-Sport, das ist ein Mannschaftssport und ein Teil der Mannschaft ist die großartige Leute, die wir hier in Karlsruhe hatten und ein Teil ist der großartige Sponsor. Kommt auf jeden Fall in die Europahalle, unterstützt die Lions. Wir sind so glücklich, dass ihr Teil der Lions-Familie seid. Wir brauchen euch auch als Fans zu kommen und uns alle Energie, die ihr uns geben könnt. Wir sind so glücklich, dass ihr Teil der Familie seid. Hallo Lions-Fans, Orlando Parker hier. Komm raus und unterstützt die Lions! Komm raus! 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 Untertitelung des ZDF, 2020